Ja, hallo zusammen! Hallo! Wir fahren fort in der Reihe Dankeschöns und ja, jetzt kommt tatsächlich mein absoluter Favorit, das Sonnenglas, deswegen auch der Favorit, weil wir es zur Hochzeit geschenkt bekommen haben, die Olga und ich, und uns das Glas hier extrem ans Herz gewachsen ist und ich könnte jetzt lange ausholen, ich fasse mich kurz. Das Sonnenglas ist eine Weiterentwicklung eines Einweckglases und eine kleine Firma in Südafrika baut hier oben in den Deckel, könnt ihr das sehen, ein, wie sagt man, ein Solarmodul ein und bei Nacht bzw. bei Tag lädt dieses Modul einen Akku auf, welcher dann, wenn ich hier diesen Hebel umlege, bei Nacht, bei Dunkelheit Licht spendet, was ihr jetzt so leider nicht so richtig sehen könnt. Doch, man sieht es. Können wir nochmal bei Nacht. Doch, man sieht es. Aber es gibt ein unglaublich flauschiges Licht auf dem Balkon, auf der Gartenparty, beim Camping, im Schlafzimmer, im Schlafzimmer, wo es kuschelig sein soll. Und damit ihr nicht nur ein Glas mit Solarmodul und LED-Lampen bekommt, füllen wir euch noch eine kleine Überraschung ein. Die natürlich die stimmungsvolle Farbe des Lichtes ein bisschen mit beeinflusst. Oder auch einfach gegessen werden kann. Ja, also, ihr seht, ein tolles Produkt, was wirklich begeistert, wo eine tolle Firma dranhängt, die in Südafrika viele Arbeitsplätze schafft und Strom an Orten, wo es eben keinen Strom gibt. Licht an Orten. Licht an Orten, wo es keinen Strom gibt. Also ein tolles Produkt. Ja, schlagt zu. Entscheidet euch für das Sonnenglas. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.